Hallo meine lieben Wurden und herzlich willkommen zurück zu Globaler Scheiß 2. Zu Guild Wars 2 wieder mit der Gruppe und auf dem globalen Stein und wir... Voller Scheiße. Du hast es kaputt gemacht, Kitty. Und voller... Oh nein. Heuschrecken. Oh nein, ich gehe jetzt weg. Ich gehe jetzt weg. So, kommt ihr mit? Meine Scheiße legt irgendwie wieder... What the fuck? Du mit deiner Scheiße, ey. Rück mich wieder das falsche X, bitte. Geh nicht für Elf, nein. Das richtige X. Oh, jetzt habe ich den Elchen angegriffen. Elch? So ein Elch. Oh wow. Das war so unabsichtlich. Genau. Ich wollte das gar nicht. Oh. Wie kannst du eigentlich nur... Was war das? Der Schoss mich doch an den Hirschkuh geschleudert. Hat der Herztypi vielleicht irgendwas zu verkaufen, was nett ist? Warum haut der denn die ganze Zeit auf die Elche drauf? Das ist eine Hirschkuh und keine Elch. Oh ja, Herztypi. Vielleicht hat der irgendwas Schönes für Karma. Hast du was Schönes für Karma? Was ist das? Warum hatte die Krune mächtige Fackel? Rotum des Wolfs. Plus drei Heilkraft. Das ist doch schön. Das ist doch schön. Erfordert ein neues Event. Ich habe gerade ein neues Event gefunden. Wo denn? Wo bist du? Moment, das war hier vorne. Warte mal. Wo bist du denn? Hier. Ach, da bist du. Hier. Hallo. Kommt mal hier hin. Oh geil. Wo bist du, Roger? Was? Das ist ein neues Event. Oh ja, wildgewordene Minotaurin. Da vorne läuft einer, ein wildgewonner Minotaurin. Ach, die haben doch keine Chance gegen uns. Und zähme ihn. Niemals haben sie eine Chance. Wir sind viel wilder. Vom Gott, wie sein Bild aussieht. Wie so ein Besel. Eine Derbkuh. Minotaurus. Das ist voll die Derbkuh. Das ist schlimm. So, 97%. Da ist noch einer. Wenn ich richtig rechne, müssen wir 30 töten. 33. Es geht schnell. Nur aufzurechnen. Nur aufzurechnen. Oh Gott. Jetzt macht er mir ein bisschen Angst. Aber nevermind. Ja. Sorry. Nur aufzurechnen, was ich sage. Da ist ein Erz. Ich will das Kupfererz haben. Hier ist einer. Da hinten läuft einer. Hier ist auch einer. Ist das ziemlich Kupfererz wichtig? Da hinten laufen zwei. Ja, aber Kupfererz ist wichtig. Kupfererz. Nice. Best. Also klar. Leute, hier sind zwei Stück. Ja, ja, ich greife schon an. Aber da steht Versperrung. Ich musste mir erst mal das beste Kupfererz kaufen. Wow, was? Das Ding hat nicht weggeschutzt. Was ist denn? Leute, ist der irgendwie Elite oder warum hält der so viel aus? Was ist los mit dir, Junge? Was ist los mit dir, du? Nee, Damage-Ship ist nicht da. Du blöde Kuh. Das ist nicht gut. Ah, das ist Million-Grupp. Ja. Explodiert euch. Geblockt und so ein Shit. Ja. Liebe Halluzinationen. Liebe? Liebe Halluzinationen. Ich liebe Halluzinationen. Love is in VR. Was? Hallo, es ist in VR. Wo wäre es der? Wo ist das das? Was ein Stein wird. Oh, da kommen vier. Da kommen drei. Da kommen vier. Da können von mir aus gerne eine Million kommen. Oh, rüstet ein Sammelwerkzeug aus. Hab ich ein Sammelwerkzeug aufgesammelt? Du kannst dir welche auf jeden Fall kaufen. Zum Beispiel. Da kommen ja noch vier mehr. Geil. Und die kloppen mich hier alle weg. Ja, ja, ich heil dich. Kein Problem. Denn ich bin dein Heiler. Ich heil dich. Ich bin ein Heiler. Ich lege mein Medic jetzt auf den Boden ab. Ich muss meine... Hallo. Hätt ihr an mich umgeknockt? Ja, eben. Jetzt nocken die einen. Knock, knock. Who is there? Au, au, au. Me. I kill you. Jetzt kommen hier aber ganz schön viele. Ja. Ja, damit die... Ach, das... Gerade eben ist es noch... Das ist doch wurscht. Ich hab gerade eben noch gesagt, ja... Ich kann ruhig immer umkommen. Ich bin so viele kommen, wir wollen. Ja, aber das nervige an den Dingern ist, die schubsen einfach weg. Ja. Das ist egal. Aber wir haben ja die Quest ja gleich fertig. Noch mehr bitte. Wo sind die alle jetzt hin? Oh, ich habe... Das sind viel zu wenige. ...Hackenbüchsen bekommen. Oh je. Hackenbüchsen, ich brauch immer noch ein Breitschwert oder sowas. Ne, Hansi. Ich hab ein heilendes Zittergipfelbeil. Guckt euch das mal an. Da unten ist einer. Ja, keine Chance. Da kommen noch mehr. Mitch, guck dir mal bitte diese... Hackenbüchse. Hacken. Hacken. Hackenbüchsener zerhacken. Ja. Da unten, warum sind welche? Was heißt Jaja? Brauchst du Jaja oder Jaja weg mich am Marsch? Ne, ne, Jaja brauche ich. Ja, ja, ist mir egal. Ich gebe ich dir nicht. Ich verkaufe es. Nein, Quatsch. Okay, verkaufe es. Nein, ich gebe es dir sehr gerne. Sag mal, warum rennt ihr denn alle weg? Wir sind nicht überrascht. Wir sind nicht überrascht. Ne, ich meine die Viecher hier. Ich meine jetzt nicht euch. Ich wollte euch nicht... Nein. Nur auf uns irgendwie so dumm anzumachen von der Seite. Ich mache hier niemanden an. Heil euch mal. Außer von, ja, die Stute. Wir haben gar keine Heilung benötigt. Aber wir sind gleich fertig. Kotz die kurz nochmal an hier. Wir haben einen schönen XP, wenn wir so ein alleiniges Event machen. Ja, Events sind immer toll. Ja. So, der ist auch platt. Da hinten ist noch einer. Gogo. Das sieht alles hier natürlich total chaotisch aus. Das ist aber nicht chaotisch. Das ist alles... Nein, nein, das ist unter Kontrolle. Das ist alles systematisch. Das ist alles so wie es sein soll. Das ist ein orchestrierter Bett. Sieht komisch aus. Ist auch so. Okay. Also ich habe wieder eine Pistole gefunden. Mein Gott. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Ich vergesse es immer zu looten. Irgendwann irgendwo kommt hier noch eine Eislinwurmbrutmutter. Da können wir auch gleich hingehen. Die ist da an der Seite. Da unten. Ja, ja, ja. Können wir dir direkt danach hin? Aber die Brutmutter, ich glaube, die ist... Ich habe einen Suf. Ich habe einen Suf. Die packen wir locker. Bam. Los, auf zur Brutmutter. Eventuell erfolgreich. Auf zur Brutmutter, Geist. Die ist hier unten. Genau, genau. Los. Die machen wir platt. Die olle Brutmutter. Die ist nur Stufe 3. Eislinwurmbrutmutter. Kein Problem für uns. Boah, wir haben einen Sprengschuss freigeschaltet. Das ist sehr schön, Mitschke Gaming. Schön, dass du dabei bist. Genau. Mit deinen 1,000 Abonnenten. Au, 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 au. Der ist 1,000 Abonnenten. Sie eist mich voll. Aber ein süßes Ding. Ich heil schon, keine Sorge. Bleib einfach zusammen. Das ist ein Junges, ne? Achso, nee. Ich gehe auf die Brutmutter. Ich habe irgendwie auf den Junges draufgeschlagen. Je mehr Schaden, umso näher ich dran bin. Das ist gut. Das ist gut. Ist sie cute. Ähm, nächstes Event fertig. Wir sind ziemlich gut. Ja, hier oben ist ein Aussichtspunkt. Ich habe einen mächtigen Schild. Braucht ihr niemanden? Äh, nee. Hätte ich sehr gerne. Ey, Sieben, du wolltest doch Präzision, oder? Ich poste das, ja. Bitte was? Brauchst du einen präzisigen Zepter? Nee, meinst du das besser? Ich weiß es nicht, Roger. Danke. Ja, ich auch nicht. Kannst du mal verlinken? Nee. So seid ihr schön Level 4. Lass mich hier kurz zusammenbleiben. Verlink mal bitte, danke. Okay. Ähm, das würde mir, oh, das würde mir extrem viel geben. Knapp 40 Schaden mehr und 5 Präzisionen dazu. Ja, dann wartet mal. Bist du denn hier Nachricht senden? Warte, warte, warte. Ja, das ist hier total, äh, konfust. Du kannst ja, du kannst ja rechtsklicken auf mein Profilbild links machen. Ich hab dir schon gesendet. Dankeschön, das ist ein sehr schönes Zepter. Oh, Grod. Zeib nächstes Mal bitte ein Betreff und eine Nachricht. Eine Raupe. Wollen wir da oben zum Fähigkeitenpunkt gehen? Eine Raupe. Ja, genau. Bitte. Zum Fähigkeitenpunkt wollen wir da hingehen? Das war da hier, hier links. Dann lass mal da hin. Links, wo ist links? Links ist da, wo die Seite rechts ist. Ja. Für alle Guild Wars 2 Veteranen sei hier an der Stelle gesagt, Fähigkeitspunkte kann man sich unter anderem durch diese Punkte hier verdienen. Oh, durch diese Punkte? Die sind dann dafür da, seine Fähigkeiten zu verbessern oder andere Fähigkeiten freizuschalten. Richtig. Perks sind so ein Zeug. Garte Fähigkeiten, Fertigkeiten, Punkte sind dafür da, um Gegenstände zu kaufen. Oh, lass uns das Event machen, Leute. Wir müssen Futter-Säcke holen. Von den Grawl-Beserkern. Oh ja. Grawl-Beserker-Futter-Säcke. Beste. Warum seid ihr hier? Gott. Weiß kann. Also, was muss getan werden? Also, rein hier. Wie lautet der Plan? Ach, lass da reingehen. Umzingle dich doch selber, du blöde Sau. Hä? Da hinten. Wie kann man sich denn selbst umzingeln? Wie geht das? Das geht. Wie dann? Bitte. Erklär es mir. Bitte. Indem man sich, äh, indem man die Arme ganz weit rausstreckt. Oh, ich hab einen kleinen Schmuckbeutel. Ist ja süß. Ich hab einen Knochensplitter gefunden. Und drin waren Jute-Reste. Oh, da. Hier, stehen. Oh, ich hab einen. Wo muss der hin? Ich will jetzt zurückziehen, dass man nicht zielen muss. Der Kani. Ja gut, muss der in dem, wo ist selten eigentlich, oder? Einfach schießen. Es geht. Oh, wo seid ihr denn mit dem Futter-Sack? Was macht ihr schon wieder da draußen? Ja, wir müssen die Futter-Säcke dahin bringen. Ihr seid ein willkommener Gast. Hier, ich habe was zu essen. Ich mag eure Art. Ich sagte gerade, irgendwie hat sie gesagt, eure Rände sind schmutzig und es jagt so zu ihr. Ich wasche das mir später mal ein Grawl-Blut ab. Und sie sagt, ich mag eure Sicht, die Dinge anzugehen. Und ich antworte, ich auch. Oh, das ist so süß. Ich schaue gleichermaßen die Welt eines Tages bestimmt ein echter Herzensbrecher. Oder ist ein Futter-Sack? Was ist cute. Einfach cutie pie. Ach, never mind. Euer Beitrag, ein Futter-Sack. Na ja, super. Lass die Leute hier in Ruhe das Futter tragen. Will die Säcke da hinter ihr stehen? Man kann mit den Säcken auf Gegner hauen. Ja. Ja. Das ist interessant. Du kannst dir einen Klaps geben. Du kannst dir, glaube ich, auch essen. Ne, ich glaube, ich würde ungern irgendwas von den Hüllen essen. Oder aushöhlen. Au! Sag mal nicht so. Ja, das ist dieser Jäger hier. Du Arsch, ey. Der Grawl-Jäger. Boom. Ja, die hat keine Chance gegen uns. Recht mich, der hat doch... Ach, da ist ja schon einer. Oh, du Säcker. Hey, du Säcker. Du bist tot, du Säcker. Und Futter-Sack. Jum. Mein Geist lebt fort. Und ich will das mit meinem Gehirn. Yay, ich bin so schnell. Ich bin so schnell. Ihr habt doch hier schon ganz viel Futter-Säcke stehen. Ich bin so sehr im Beitrag. Sie ist halt etwas... Aua. Sie ist, glaube ich, eher ein bisschen faul. Richtig. Sie will sich nicht selbst die Hände schmutzig machen. Das sind fünf Meter, die sie laufen müsste. Ja, weil sie müsste sich ja hier durchkennen. Die mit Walz im Gesicht. Wir sind überall Monster. Ich habe gerade eine Höhlenmalerei zerstört. Ihr könnt übrigens auch die Höhlenmalerei zerstören. Ja, ja, wegen Quest und so'n Schlau. Rory, ich schieße sowieso durch die Gegend. Das zählt ja automatisch. Ich schieße doch einfach nur durch die Gegend. Das ist so das Beste, was du hier machen könntest. Drück doch mal zwei, Rory. Geschwindigkeitsausbruch. Ja, ich dachte, ich verbrauche den dann. Nee. Das ist dann sehr gut. Du probierst nur davon, Roger. Du naschst quasi nur mal dafür. Einmal Nomm. Oh, bitte. Kitty. Nein. Okay, Event ist... Kitty hat auch vor kurzem ihren Kanal umgenannt. Er heißt jetzt nicht mehr Kitty Zack, er ist jetzt Kodo Zack. Sollten wir jetzt lachen? Das lustige ist, es war nicht mal Badum, Badum. Nee, das war einfach nur so Staub auf den Drums. Genau. Staub auf den Drums. Krass. Hey, wie geht's? Hast du so gut wie dein Jupiterwitz? Jupitermutterwitz? Jupitermutter? Verstehe ich nicht. Wir warten auf jemanden. Hier, du hast... Gasriesen, Planetenstatus. Den Witz? Der Witz ist witzig. Weil es so witzig ist. Ja, wir müssen noch 15 Sekunden warten, dann bekommen wir fürs Event scheiß Dingens... Mal wieder. Ich hab den Sack geschlagen. Wir müssen aber noch ein paar Grawle töten, also ich brauch noch ein paar Grawle. Ja, ja, aber das Event wird hier gerade beendet. Oh, ich muss... Nein, ich muss noch einen Futtersack abgeben. Schaffst du nicht mehr? Ende. Yay, Gold. Yay, wie alt. Sie sich alle freuen. Stufenaufstieg. Auf zum fröhlichen Biefen. Und jetzt Futtersäcke verteidigen. Jetzt müssen wir die... Was ihr jetzt? Jetzt, jetzt macht sie... Ach so, die kommen raus und jetzt machen wir hier Damage. Ja, Hilfe. Ja, genau. Dann geh ich auf Feuer. Ja, was machst du da? What? Hilfe. Ich werde verfolgt. Wir haben da so einen Phönix. Bam, bam, bam. Alles glatt. Der Phönix ging doch kaputt. Nee, Phönix ist das Beste. Gotti. Also, Entschuldigung. Ich verteidige euch. Ja. Werdet euch verteidigen. Mein Leben. Mein Leben. Ich mach mal so eine Feuerwehr, da komm ich mit meinem Leben. Verteidigen. Komm, ich mach mal hier zu so einem Ding. Ja, weil wir sind dahinter bekämpfen, laufen sie nicht durch. Und mach dann mal so ein bisschen... Psch, 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 psch. Doch. Wie viele bleiben noch? Okay. Okay. Ja, ein paar. Ja, ja. Müssen wir alle Futtersäcke? Nee, oder? Das muss maximal einer überleben. Also, ein Ding ist. Ja, genau, genau, genau. Umso mehr, umso besser. Bis die Zeit da halt abgelaufen ist. Nee, ich mein, die haben ja keine Chance. Nein, nein, das ist ja keine Zeit, sondern eine Anzahl von den Dingern. Ist ja nicht... Ist ja nicht... Ah ja, stimmt. Verbleiben mit Goa, ich seh's gerade. Ja, gut, dass wir noch die Quest nebenbei machen können. Ja, mit der bin ich grad fertig geworden. Ja, ich auch. Ist noch nicht lame. Ich hab mich auf die Puttersäcke gefunden. Ich mag diese Viecher. Ah, ja, ja. Die machen die Gegner benommen. Ah, benommen, nom, nom. Ja, so sieht's aus. Boah, da einer rennt hier durch. Oh nein. Stop it. Müssen sie verteidigen. Echatz, shalom. Da ist ein Kriegshund. Oh mein Gott, wie viel... Ja, ganz ruhig. Ich mach einmal so. Oh, das wird jetzt wehtun. Und dann so. Oh, wow. Da ist ein Kriegshund. Ja. Kriegshund. Oh je, irgendwas haut auf mich drauf. Das ist ja wieder gar nichts. Ja, das sind die Grawls. Oh, wie viele hier gerade sind. Das sind ziemlich viele. Es geht's. Ich glaube, nur wegen Heuschrecken sieht das so viel aus. Nein, nein. Die Heuschrecken machen die tot. Ja, ich hab mit irgendjemandem mein Tötungs-Kombo absolviert. Ja, wahrscheinlich mit mir, mit AOEs oder sowas. Das ist cool. Oh, man die gleichzeitig sitzt. Es gibt zum Beispiel... Frisch gestirbt gleich? Es gibt zum Beispiel, die einzige Kombo, die ich kenne, ist mit einem Magier, dass er so einen Meteoriten-Feuersturm macht und dann halt einen Ranger, der so einen Pfeilhaken nach unten schmeißt und wenn man es gleichzeitig passt, sind das Feuerpfeile. So was zum Beispiel. Ne, machen wir an der Schuhe. Ja, da gibt's ja ganz viele Sachen. Können wir mal ausprobieren? Ja, aber keiner spielt gegen Ranger. Ja, aber es gibt ja sicher noch andere. Kombinationen. Ja, es gibt viele. Bestimmt mit Heuschrecken. Wow! Ich hab... Feuerheuschrecken wären cool. Hier, roger, roger. Oh mein Gott, mein Inventar ist voll. Ja, ich muss grad so viel Zeug aufheben. Guck, 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 sieht das hier an. Vielleicht brauchst du das sogar. Uh, plus vier Heilkraft. Nein, die spielst du auch vorn. Ja, ich hab ein vitales Kriegshorn gerade. Was ist das hier gerade? Ach, ein Eisspinner. Mit plus fünf Vitalität. Ja, das ist, äh, schön. Was greifen sie hier gerade an? Ach, da ist einer. Ach, das kann man wegschmeißen. Irgendwelche Crawl greifen wir gerade an. Ja. Irgendwelche Crawls. Ein Dämonenabbild. Wer braucht Streitkolben? Ähm, ich brauch Streitkolben. Brauchst du ein vitaler Streitkolben? Mhm. Also sowas? Oh Gott, kamen da gerade viele. Ja. Plus fünf Vitalität. Oh, ho, ho, ho. I'm out da hier. Keine Sorge, ich kann auch nicht da. Ja, Moment, ich muss kurz Vorgeschrecken machen. Ja, genau, äh, kämpfen wir einfach mal noch zum Ende hier, weil ich bin hier gerade endlich überladen. Ah, das ist schlecht. Oh, ich hab auch ein kleines Problem. Ja, ich bin überladen. Ich muss mich irgendwie ausrüsten. Okay, was ist so? So, jetzt hab ich wieder Platz. Ich hätte immer noch ganz gerne ein Schwert, aber... Oh, oh. Oh, Rio. Oh, dadurch hab ich gerade Schaden bekommen. Ich vernehme dich wieder, mein Schaden. Oh, hier ist eine Holztroh. Vielen Dank, das ist sehr zuvorkommend. Äh, irgendwas macht mich auch hier verdient. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Was ist denn das? Was ist das denn? Ich weiß es auch nicht. Was macht da massiven Schaden? Irgendwas, was unsichtbar ist. Irgendwas, was unsichtbar ist. Irgendwas, was unsichtbar ist. Der Grawl-Berserker dahinter, vielleicht. Ich hatte dich kritisch. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Danke. Hey, hey, hey. Also irgendwo kommt grad wirklich Schaden. Der liegt noch irgendwo. Die machen aber viel Schaden. Also es kann sein, dass es so ein Endboss ist oder so. Dass es die Wand ist. Das ist die Wand. Klick euch doch da Medipacks in die Wall. Ich hab eine Löwen, schwarze Löwentruhe. Lauft durch die Medipacks. Wo sind denn hier Medipacks? Hast du diese Teile hier am Boden? Kleinen Dinger. Cool. Wow, wie das heilt. Voll viel. Das ist ein guter Heimerdinger. Was? Heimerdinger, FW. Kenn ich nicht. Das ist irgendwas anderes. Tutti Frutti Tower Power. Ah, winziger Schmuckbeutel. Die sind ja winzig. Was machst du da? Ja, ich bin tot. Kämpf uns überleben. Wo bist du denn? Ich hab dich wieder überlebt. Ich bin auch überlebt. Genau. Ja, glaub ich, die war... Ja, jetzt... Was? Oh, jetzt gibt's Ärger. Jetzt gibt's Ärger. Und es kommt noch härter. Hä? Wir wollen immer die Erde regieren. Oh mein Gott. Ich seh die grad überhaupt nicht mehr durch. Liebe und Wahrheit groß. Ach, alles cool. Event ist fertig. Jawohl. Aber die Dinger sind immer noch hier da. Und ich würd sagen... Das heißt, wir müssen sie noch töten. Am Heil. Oh, wir müssen jetzt immer noch was töten. Jetzt müssen wir noch was größeres töten jetzt. Das ist ein ziemliches Durcheinander, wenn ich ehrlich sein soll. What the fuck, what? Irgendwie kaum ein Überblick. Ich drück einfach irgendwas. Wieso lauf ich eigentlich so langsam? Die laufen da irgendwie durch gerade. Irgendwas. Irgendwas. Da hinten ist was Verlöses. Oh. Wütendes, geflügeltes Grauen. Ja, genau. Ich glaub, wir müssen den töten. Wir müssen erst den Dämonen-Schütter runterkriegen. Wait, ich komm mal rein wieder. Komm auch. Bam, bam. Oh, okay. Wobei das ist nur Stufe 3. Ja, diese Dings war vorhin an dem See war auch nur Stufe 3 und hat uns kaputt gemacht. Etwas, ne. Alles raufballern, was ich habe. Einfach Tasten drücken. Ohne zählen und ohne... Ich will die ganze Zeit mal einen Konter benutzen. Das macht aber auch keinen Sinn. Doch, das macht sehr viel Sinn. Weißt du, ich hab bestimmt Fokus. Und es ist rot. Tach, Killing Flow. Oh, ich hab ne Silber bekommen. Oh, ich hab ne Fackel. Oh, ich hab ne Fackel. Ich hab auch schon ne Fackel gefunden. Fackeln sind cool. Oh, ich hab ein mächtiges Großschwert. Ich hab ein vitalen Speer. Oh, ich brauch ein Großschwert, ich will ein Großschwert. Oh, nein. Oh, nein. Ey. Wofür brauchst du denn Großschwert? Ich bin ein scheiß Wächter, mein Gott. Du bist ein Messer mit einer Maske, mein Gott. Du kriegst ein mächtiger Hammer. Ich weiß nicht. Aber, kannst du auch. Braucht jemand einen vitalen Speer? Es? Ne. Warte. Damit ich endlich von diesem scheiß Carsten wegkomme. Ich will endlich in die Action reingehen. Oh, das ist... Ja, dann nimm du es. Du kannst es auch haben. Du kannst es auch haben. Ich kann mir nachher auch eins kaufen oder so. Ich würd gern ein bisschen was verkaufen. Wo geht das denn? So, aber an der Stelle... Die ganzen neuen Items, die brauch ich überhaupt nicht. Wir sind schon wieder... It's about time. Oh, okay. Also, sehen wir uns dann... Dann können wir ja offscreen gleich ein bisschen was verkaufen. Genau. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss. Richtig. Tschüss. Tschüss. Tschüss.